ja so hier bin ich wieder heute machen wir mal ein drittes tutorial zum thema blöcke wir fangen mal wieder da an wo wir letztens aufgehört haben nämlich mit unserem gleisplan mit unserem oval und wir werden jetzt mal blöcke zeichnen die ersten blöcke dazu habe ich mir gedacht mache ich das erst mal hier wieder weg weil das brauchen wir eigentlich nicht eigentlich bräuchte ich nur die weichen hier aber ich mache es jetzt einfach mal oder wir machen es mal halbweg dazu gehe ich hier auf den editier modus ich habe dann hier dieses mit dem wie heißt es hier beim gleis mit dem auswahl pfeil bin ich zugange und kann jetzt damit hier so ein fenster aufziehen und kann halt sage mit der entferntaste das will ich nicht mehr so jetzt habe ich hier noch ein paar gleisstücke kann die auch entfernen die auch entfernen so und dann gehe ich wieder mit meinem zeichen start mit dem berühmten gehe ich hier ran und zeichnet von hier mal weiter und zeichnet von da mal weiter einfach mal um was zu machen in gleicher weise kann ich diese beiden weichen hier auch wegnehmen und diese beiden zeichnen auch zeichnen hier wieder was dahin beziehungsweise von da dahin von da dahin so dann habe ich mein gleis und wir machen jetzt einfach mal hier wieder eine neue weiche dran bis dahin und bis hierhin und wir machen ungefähr mal von hier bis dort hin eine ein gleis und bis hierhin so jetzt habe ich also erst mal zwei ganz normale gleise mit zwei weiteren rangier gleisen und da bauen wir jetzt mal ein paar blöcke ein bedeutet was wir jetzt machen müssen wir müssen hier in dieses zusatz menü gleise bzw zubehör weil bei gleise sind nur gleise und bei zubehör ist der rest und hier haben wir zum beispiel blöcke und so weiter sonstige sachen also suchen uns hier den blog raus so und ich fange einfach mal mit dem blog an hier hinten machen wir da ein block 1 hin und wenn ich jetzt hier oben hingehe da wird er automatisch ein block 2 draus machen und hier in der mitte machen wir einen hin dann macht dann block 3 da draus und hier machen wir einen block 4 und einen block 5 draus das macht er eigentlich alles automatisch der train controller so das haben wir gemacht wir können jetzt auch wiederum weil ich das jetzt nicht ganz schön symmetrisch gezeichnet haben wir können jetzt natürlich auch hier was verändern ich kann auch genauso gut zum beispiel mit dem auswahl fall meinen block hier markieren und kann ihn hier mit diesem kleinen fall so vielleicht zu erkennen einfach hier verlängern auf ein gewisses maß das kann ich hier mit auch tun weil manchmal ist es ganz gut wenn die blöcke etwas größer sind halt da fehlt noch ein bisschen was dann kann ich die hier verändern zusammenschieben hier den können wir auch noch ein bisschen länger machen also ich sag mal machen wir den mal so dahin das ganze kann ich mit meinem auswahlfenster wiederum markieren und kann es dann auch halt verschieben so dass das halt hier irgendwo passend haben oder so also habe ich jetzt hier mal im endeffekt 1 2 3 4 5 blöcke so was müssen wir jetzt machen damit weiterkommen das heißt wir müssen diesen blöcken jetzt die rückmelder zu weisen das heißt werden abschnitte für die einzelnen gleise die sogenannten blöcke oder block und da müssen wir jetzt rein und müssen sagen okay wir brauchen ja letztendlich rückmelder und die rückmelder müssen wir halt die wir schon verdrahtet haben hiermit jetzt irgendwie verknüpfen also gibt es zwei möglichkeiten ich klicke auf diesen blog natürlich immer hier bei eigenschaften im einrichten fenster weil wenn ich hier raus gehe das machen wir noch mal weg wenn ich hier raus gehe nein stopp das will ich ja jetzt gar nicht ich bin doch hier hin so also wir sind immer noch im editier modus und wenn ich aus dem editier modus raus gehe dann habe ich natürlich so eine darstellung ja und wenn ich jetzt hier mit der maus drüber gehe als beispiel und lasse sie etwas stehen dann zeigt er mir und sagt da ist ein blog und was er mir auch schön zeigt da ist zum beispiel kann man unten sehen von dem dr railroad da ist ein pin automatisch gesetzt das heißt da stimmt irgendwas nicht was ich mir jetzt auch noch mal angucken kann das heißt ich kann also hier zum dr railroad gehen und kann sagen was ist denn da los und dann zeigt er mir hier an in den warnungen ja es wurde der blog 12345 eingerichtet aber es wollte wurde noch kein melder angegeben also das ist jetzt nur eine warnung und ich denke mal das ist eigentlich ganz gut also machen muss man wieder weg so das wollen wir ja gerade tun das heißt wir gehen wieder auf ansicht wir gehen auf den editier modus und jetzt gibt es hier die möglichkeit ich kann hier einmal draufklicken mit der rechten maustaste und kann dann sagen eigenschaften dann macht er dieses blog fenster auf und hier kann ich jetzt auf diesen blog im prinzip draufklicken oder beziehungsweise er ist schon automatisch eigentlich da und ich sage jetzt hier oben zum beispiel in dem rechten teil neuer kontaktmelder fügt einen neuen kontaktmelder ein das machen wir mal dann wird er rötlich der blog so und er sagt jetzt schon der das ist jetzt der blog 1 und der ist auch markiert mit blog 1 unter allgemeines der blog editor so und hier habe ich jetzt praktisch einen ersten kontakt und den muss ich aber jetzt noch zuweisen das heißt es gibt jetzt auch da wieder zwei möglichkeiten ich wenn er hier markiert ist kann ich hier oben auf das eigenschafts menü gehen eigenschaften für die blog adresse und hier kann ich jetzt zum beispiel sagen das allgemeine ist der kontaktmelder ich sag mal rm 1 für rückmelder 1 und der anschluss dafür das wäre dann hier wäre jetzt zum beispiel mir der mittlere bus mit der adresse 1 1 also das wäre der erste den ich jetzt zu vergeben hätte und dann brauche ich nur noch okay zu sagen damit hätte ich jetzt einen rückmelder definiert auf diesen blog 1 und ich kann okay sagen so das gleiche mache ich jetzt für den blog 2 ich kann also wie gesagt hier oben auf eigenschaften gehen oder ich kann auch hier einen doppelklick drauf machen wenn ihr einen doppelklick drauf machen komme ich wieder ins fenster bin wieder da sage das ist der blog 2 jetzt wohlgemerkt sage jetzt hier wieder ein rückmelder der rückmelder auch hier kann ich sagen ich gehe auf die eigenschaften oder ich mache doch doppelklick hier drauf und er macht das fenster wieder auf und ich sage den rückmelder 2 den anschluss nehme ich wieder von meinem mittleren bus und er steht dann noch auf 1 1 aber ich kann jetzt sagen die nächste freie adresse suchen also springt da hier auf 12 und ich habe dann meinen litwinski melder vom mittleren bus auf der adresse auf dem modul 1 mit dem mit der adresse mit eingang 2 so das ist wieder bestätigt hier brauche ich auch nur noch zu bestätigen fertig dann das gleiche wieder mit dem blog 3 doppelklick allgemeines blog 3 blog editor eine adresse zuweisen doppelklick rückmelder logischerweise der drei in dem fall anschluss anschluss auf den litwinski mittleren bus wir suchen wieder eine adresse 1 bis 3 also der dritte eingang von vom ersten modul fertig block 4 doppelklick allgemeines blog 4 blog editor neue rückmeldekontakt doppelklick rückmeldekontakt rm4 logischerweise anschluss mittlerer bus wieder nächste suchen 1 eingang 4 gut ist gut ist und das gleiche machen wir noch mal für den blog 5 so block 5 blog editor ein rückmelder einrichten doppelklick rückmelder 5 anschluss mittlerer bus weil es so schön einfach ist die fünfte der fünfte eingang fertig so hier auch fertig jetzt kann ich erstmal sagen jo jetzt habe ich blöcke vergeben und ich habe auch schon rückmelder praktisch festgelegt und damit bin ich schon mal einen ganzen schritt weiter wenn ich jetzt wieder hier drüber gehe moment wo ist meine maus da dann sagt er mir immer noch railroad pin 1 da stimmt irgendwas nicht und ich kann mal gucken was was die anderen sagen auch railroad pin eine warnung ist da gelb ist oder orange vom dr railroad ist die warnung oder ein hinweis so und hier kann ich jetzt auf die meldung wieder gehen so und hier wurde noch kein melder angegeben das stimmt ja jetzt überhaupt nicht so weil der melder wurde ja angegeben ok gut dann schauen wir mal machen wir das mal weg aber wir haben noch nicht gespeichert das kann natürlich auch ein thema sein wir müssen mal da gucken wir müssen das mal neu machen und wir müssen den doktorellrott mal aufrufen wo ist mein dr railroad da oben so jetzt sieht die meldung nämlich schon ganz anders aus so wir haben jetzt block 1 2 3 ich kann auch hier oben sortieren ich kann es also auch so machen oder so wenn ich da drauf klicke also ich habe fünf warnungen und mehr nicht ich habe also eine warnung dafür dass noch keine haltemarkierung angegeben wurde in diesen blöcken und das können wir auch mal schnell geschwind machen also gehen wir wieder auf editier modus und jetzt gehen wir mal einen haltemelder für eben diese blöcke an also doppelklick so da sind wir wieder einmal drauf klicken und hier erscheint jetzt wenn ich weg klicke dann ist hier oben alles ausgegraut und wenn ich hier drauf klicke dann erscheinen hier die haltemelder und zwar in der fahrtrichtung von rechts nach links das sind diese hier halte bremsmelder und zubehör so und hier haben wir die halte brems und zubehör oder zusätzlichen melder für die fahrtrichtung links nach rechts also markierungen ist das dann auf der rechten seite das ist auf der linken seite fangen wir mal mit der rechten seite an oder links wir fangen mal links an so ich setze also hier eine halte markierung und kann die halt hier anfassen und verschieben und sagen er soll halt irgendwo hier anhalten er ist gesetzt auf die zugspitze man kann dann später noch sagen ich möchte nicht mit der zugspitze sondern mit dem zugmitte oder zugende halt oder mit einer formel halten also sagen wir mal zugspitze wir nehmen erstmal das was wir haben und die distanz wo er anhalten soll die kann ich praktisch hier eingeben in 10er schritten so sagen wir mal distanz 50 zentimeter ich weiß noch gar nicht wie lange der block ist aber wir tun einfach mal so ok so also habe ich hier eine halte markierung eingesetzt das gleiche mache ich beim block 2 mittlerweile welt mein hund ok wir machen mal ein block 2 schieben den auch wieder dahin machen auch wieder 50 zentimeter und ja wir können ja nur nach links rein fahren also brauchen wir nur in dem fall die linke meldung beim block 3 ist es ein bisschen anders den können wir ja von links und rechts befahren also brauche ich hier wieder eine halte markierung auf dieser seite und auf der seite einfach mal wieder 50 oder auch wenn wir können eingeben was wir wollen eigentlich im moment so und hier bei dem block 5 machen was ähnlich den 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 opzala ich rutsche da immer runter so fertig jetzt haben wir im prinzip fünf blöcke wir haben fünf rückmelder und wir haben fünf halte markierungen eingefügt das heißt es sollte eigentlich jetzt erst mal keine große fehlermeldung mehr kommen wir löschen die mal alle und wir machen das neu und schaue da wir haben keine warnung keine dingsbums keine hinweise alles ist gut so ich kann also mit der maus übers feld gehen und er sagt mir einfach nur block 2 da ist nichts alles ist in ordnung block 1 ist in ordnung block 3 ist in ordnung block 4 und so weiter so damit sind wir eigentlich schon mit den blöcken und den rückmeldern im moment am ende vielleicht noch ein kleiner hinweis ich hatte eben oder ich habe verschiedene wie soll ich sagen verschiedene varianten von ich gehe noch mal nein das will ich jetzt nicht nein dann mache ich abbrechen also ich hatte mir eben schon mal sowas zum testen gezeichnet und ich habe das kopiert von einem anderen gleisplan und das ist liegt also jetzt im zwischenspeicher eigentlich von meinem rechner und wenn ich jetzt die berühmt berüchtigte kontrol v taste drücke dann passiert da gar nichts warum passiert da nichts weil es schon wieder gelöscht ist ja ok gut ich zeige es dann später nochmal also das waren die blöcke und dann geht es beim vierten weiter die blöcke und tschüss erstmal euer radi bis dann dann gehen da aber also k Vielen Dank.